Willkommen! Oh, habe ich jetzt was Besonderes für Sie. Und zwar Julia, eine siebenteilige Ecke in Stoff-Leder-Kombination von Willi Schillig. Sie sehen hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Teile. Und dann kommt noch ein Hocker dazu, den Sie auf dem Bild nicht sehen. Das ist eine Garnatur, die genau so auf der Messe gezeigt wurde. Das besondere Teil, oh, ich sehe hier fehlt das Kissen. Machen wir das hin. Aber man kann natürlich dann auch spielen. Und dann sieht es noch etwas fächer aus. Die Garnatur ist mittelsoft gepolstert. Sie haben hier ein Samtvelour, Sie haben hier ein Longlife-Leder, Sie haben einen sehr hochwertigen Stoff. Alles miteinander kombiniert, damit das Ganze ein bisschen moderner wird. Alles in Naturtönen, die zueinander passen. Und es ist eine Elementgruppe. Sie können die Teile, die keine Armlinie haben, flexibel stellen. Das heißt, diesen kleinen Tisch, oder Tischhocker, können Sie auch dort reinstellen. Die zwei Elemente können Sie wechseln. Viel mehr können Sie nicht machen, weil die anderen Teile sind fix. Oder Sie können natürlich auch zwei Gruppen draus machen. Das andere Teil, was noch dazu kommt, ist ein Riesenhocker, 100 auf 100. Okay, Bequemlichkeit hoch, Launch-Effekt top. Vor allem natürlich hier auf der Doppelrecker-Kamere. Modisch ist die Garnitur. Sie brauchen Halbplatz. Sie brauchen hier, so wie wir sie jetzt aufgestellt haben, links 3,44 Meter davorstehend. Also davorstehend links ist die Seite. Und rechts 4,18 Meter. Aber wie gesagt, dadurch, dass Sie den Zwischentisch anders setzen können und die Elemente wechseln, können Sie auch das Maß verändern. Nun, Julia ist ein Modell der Spitzenklasse. Für die siebenteilige Formation werden im Fachhandel leicht mal 8.000, 9.000 Euro aufgerufen. Bei uns? Viel weniger. Sie werden begeistert sein. Haben Sie viel Platz? Wollen Sie leger sitzen? Wollen Sie was Modisches in Natur tönen? Julia is yours! Hallo Julia! Dankeschön! Und Tschüss! Klick, 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 klick!